Weißen, Saat, Rust und dann weiter runter Mördisch. Weil jetzt die Spanierwaren von Neusiedlers und dann zum Süden fahren. Neusiedlers ist eine Ortschaft im Norden und wir fahren die südlichen Seite. Wir sind sehr brav, alle drei. Heute am Samstag in der Früh, so früh aufgestanden und jetzt brav fahren weiter. Ist jetzt alles in Ordnung, wir nur sitzen und nichts machen. Wie ist das Wetter? Super sonnig und plus 22 Grad. Cool. Hallo. Mal schauen, ob uns wer aufhält, ob wir da fahren dürfen. Da muss man zahlen, glaube ich. Aber es dauert ihr wahrscheinlich noch nicht. Vielleicht geht es auch nicht, ich will keiner fragen. Fragen kostet nichts. Nein. Dürfen wir? Danke schön. Wir sind jetzt im Schloss, das ist der Hase. Wir sind reingekommen durch die Tür, wir werden sehen, ob wir wieder rauskommen. Hallo? Danke. Aha. Ich warte auf Ferien. Boah. Ich habe einen illegale Grenzübertritt in Heiserstadt. Hase nicht. Hilfe versteht jeder, ja. Hallo. Noe, Tasha, Meidenhofer. Ja, ja. Ja, ja. Na, sieh das, ey. Juhuuu. Na, sieh das, ey. A, 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 A. Oh, okay. Hallo. So, dich gibt's jetzt schon. So, schau's alle, alle keen. Tschüss. Noch einmal. Grenze, Grenze. Danke, danke. Mittagessen. 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 Schlafen sind faul. Schweine, Schweine. Sprechend Ungarisch, die Schweine. Exercise. Gymnastik. Passage. Das ist das warte. Der Job ist in Polen. Das ist das Warte. Das ist das Warte. Das ist, das war's. Der Hund und der Hund ist das Warte. Das war's. Nur für Frauen. Nur für Mädchen. Nur für ein Mädchen, Entschuldigung. Wahnsinn. Das ist ein gutes Fahrrad. Unschuldigte Arten. Sehr gut, sehr gut. Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. In Österreich gibt es auch Pärlaufen, oder? Ja, ja. Zum Beispiel. Ich esse das nicht. Mund? Der Mund? Nein. Pfund. Ah! Herb. Ich habe eine soppe. Was sind das soppe? Soppe? Soppe. Soppe ist. Musik Musik Wir jetzt in Thierma Schwimmen Wie heisst diese Stadt? Das weiss ich nicht, ich weiss nicht Ich habe gehört, das heisst Hedipö Kann sein Aber da ist sehr wunderschön Essen hat sehr gut geschmeckt Und Wassersuppe mit Massagen Besser gehts nicht, oder? Nein, nur da bleiben bis morgen Das ist besser Hallo Musik Alles ok, mach ein Foto Also willst du was sagen? Sag ja, sprich, sprich Sprich, sprich Ich sage, das war da super Super Berg Super Schwimmen Wann kommt ihr wieder? Wann sagst du, dann kommen wir Wir warten auf euch Demnächst, demnächst sofort Ok, ich nehme dich beim Wort Ja genau Hallo Ganz müde schön Hat sich gelernt Trotz dem Bus fahren Good Workout Danke Good Job Vielen Dank Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Das ist ein Wie wir stehen Ja wir können Wir stehen mit der zweite Fahrer Die Linie ist schon fast kaputt. Beim Hagen ist das Finish. Für mich bin ich ein bisschen blöder. Was sagst du, Serge? Ich bin auch ein bisschen müde, aber nur ganz wenig. Intersee ist schon draußen in der Nacht. Wie spät ist das schon? 12 Uhr in der Nacht, oder? 19 Uhr. 19 Uhr und warum ist es so dunkel draußen? Es ist noch Winterzeit. Morgen ist die Zeit umstehen. Okay, machen wir es so. Es war wirklich super. Ich muss mich bei sehr gewöhnen. Genau. Alle haben es super geschafft. Besonders die Elena hat es super gemacht. Sie war sehr brav. Genau. Wie war es? Sehr gut. Ich bin gar nicht müde. Geschafft kann noch so viel. Aber aufstehen kannst du nichts mehr. Nein. Ich will gar nichts. Ich will da schlafen. Die Füße schlafen sich. Die Füße schlafen sich. Ja? Ja. Das hieß. Das hieß. Auf Wiedersehen! Hallo! Hallo!